Hallo, mein Name ist Guido Möller, ich bin von der Firma Wacom und ich zeige euch heute das neue Intuos Pro Medium in Verbindung mit dem neuen MacBook Pro von Apple. Wer die Intuos Pro Serie von Wacom kennt, sieht auch hier schon auf dem Bild einige Unterschiede. Was ist neu? Es ist im Prinzip der komplette Aufbau. Das Tablett ist schlanker geworden, schmaler, passt sich also auch prima der neuen Apple MacBook Pro Linie an. Die Konnektivität ist bei dem neuen Intuos Pro über USB-C. Das passt also auch ganz prima. Ich kann also direkt ohne Adapter in das MacBook Pro hineingehen. Wahlweise auch über Bluetooth das Tablett kabellos verbinden. Beibehalten haben wir die Dinge, die von den Kunden auch bisher immer hervorgehoben worden, wie die Express Keys. Was sind Express Keys? Da kann ich dann beliebige Tastaturkürzel definieren und in der entsprechenden Applikationen abspielen. Den Touchring in der Mitte, da kann ich zum Beispiel in Video-Applikationen, in der Timeline scrollen, in Photoshop ein- und auszoomen oder halt einfach in anderen Anwendungen herauf- und herunterscrollen. Entscheidend ist auch der neue Stift. Der unterscheidet sich jetzt rein optisch nicht so unbedingt, aber innen hat sich einiges geändert. Das heißt bei uns die Druckstufen, der Stift wurde druckempfindlicher und dabei auch der initiale Anpressdruck. Das heißt, wenn der Strich startet, wurde auf unter 1 Gramm reduziert. Das heißt, ich kann deutlich natürlichere Striche umsetzen. Das Schöne am Vacom-Tablett ist ja, ich stecke es ein, wie gesagt über USB-C oder über Bluetooth und dann installiere ich den Treiber und es funktioniert. Aber ich gehe jetzt mal in die Systemeinstellungen. Dort findet sich nach der Treiberinstallation ein Icon, Vacom-Tablet, und das ist meine eigentliche Kommandozentrale. Da stelle ich im Prinzip genau das ein, was das Tablett ausmacht, und zwar, dass ich es komplett auf meinen Arbeitsablauf personalisieren kann. Alle Vacom-Tabletts sind drucksensitiv. Das heißt also, ich kann in Photoshop oder Illustrator, kann ich in Pinsel drucksensitiv darstellen. Und der Druck wird über das Drücken der Stiftspitze aktiviert. Hier sieht man es ganz gut. Hier kann ich auch den Druck nachvollziehen und über den Schieberegler entsprechend auf meine persönlichen Belange einstellen. Ob ich eher fester drücken will oder weicher, das mache ich dann entsprechend hier. Ebenso sehe ich hier meine Stifttasten, die mit dem Linksklick, rechter Mausklick und Doppelklick belegt sind. Die kann ich mir aber auch komplett individuell personalisieren. Ich habe eben auch schon die Express Keys erwähnt, die sich in meinem Fall als Rechtshänder an der linken Seite des Tabletts befinden. Da sehe ich auch zum Beispiel, dass ich hier für meine Anwendung eine komplett individuelle Tastenbelegung schalten kann. Zum Beispiel habe ich mir jetzt hier in Photoshop auf der zweiten Taste von oben die Pinselpalette angezeigt. Auf der dritten Taste blende ich nur meine Leinwand ein mit Shift-Tab und mit der letzten Taste im oberen Block gehe ich einen Schritt zurück. Und das ist tatsächlich einfach zu bedienen. Ich rufe es auf und dann wartet der Vakuum-Treiber auf einen Tastaturkürzel. Das gebe ich dann ein, gebe ihm einen Namen und schon ist es okay. Wichtig ist auch zu sagen, dass ich beliebig viele Anwendungen hier eingeben kann und auch die Tastenbelegung sowohl am Stift wie auch am Tablett selber individuell für jede Anwendung hinterlegen kann. Und so kann ich rundherum das ganze Tablett komplett individuell auf meinen Arbeitsablauf konfigurieren. Ich hoffe, euch hat diese Creative Session zum Thema Vakuum und Apple gefallen. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf go4creative.de. Dort findet ihr weitere spannende und nützliche Infos zum Thema Vakuum, zu Zubehör zu Vakuum-Produkten und auch zu anderen Vakuum-Produkten für euren kreativen Workflow. Vielen Dank.